Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Nein, 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 nein! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Und wenn doch, die schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster, die nach Belieben ersteinen und verschwinden können. Was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Lachen meine Männer, die fliegen! Ist von jetzt an nie mehr als Bärenjude zu bezeichnen. Sie werden kein Wort darüber verlieren. Kein einziger Steckteil. S. ARD Text im Auftrag von Funk